Wir sind gerade eingekommen in Bad Lausig, Schule für Soziales und werden hier gleich mit Erwachsenen und Jugendlichen unseren Workshop machen. Ich glaube es sind 200. Es gibt vier verschiedene Percussion, Tanz, Beatbox und Chor und werden die jetzt ein bisschen einheizen. Hereinspaziert. Hier sind noch ein paar Plätze frei. Auch, dass die auf einer Höhe sind. Ja, jetzt kam der Ton. Wir bauen heute vier verschiedene Instrumente. Wir haben einen Bambus-Kazoo, aus Weidenruten kann man Rasselflechten, aus PVC-Rohren, Digit-Redoos und Pan-Flöten, aus Schuhkartons, Hafen und aus Strohhalmen eine ziemlich abgefahrene arabische Flöte. Mit der Bohrmaschine brauche ich zu Hause noch ein Loch durch, dann geht es richtig gut. Sprecht das wirklich mit, weil wenn ihr nämlich den Rhythmus sprecht, seid ihr auch in der Lage den nachher zu spielen, beziehungsweise den zu tanzen. Beatbox. Bisschen kompliziert. Wir probieren es einfach mal so, aus dem Nichts heraus und dann gebe ich ein paar kleine Anweisungen. Probieren das mal. Ein, zwei, drei, vier, rechts, links. Rechts, links. Wuhu. 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 Es ist so schön, dass man sieht, wie viele Leute die Freude gemacht haben, die Choberschaft frei zu haben. Da geht es dann in die andere Tonart. Das erste, was man hört, wenn etwas nicht funktioniert, ist der Rhythmus. Also das ist quasi der einzige Kurs, wo die Leute halt nicht zwischen den Kursen switchen, sondern die kommen mit ihren Instrumenten. Und dann erarbeiten wir einen afrikanischen Song oder einen türkischen Song oder etwas aus dem Pandanaport. Und später, wenn wir fertig sind, setzen wir das nochmal zusammen mit den anderen Instrumentalisten, mit den anderen Kursen, die auch gerade für diesen Song etwas vorbereitet haben. Wir fangen quasi gleich mal mit der letzten Runde an, wo alle spielen. Okay. Und alle. Das war Sie. Applaus Applaus